Du willst James Bond sein, du willst ein Aston Martin fahren. Das ist ein Traum von vielleicht nicht nur dir, sondern einigen Unternehmern da draußen und auch legitim. Schönes Auto und wir wollen jetzt hier uns einmal anschauen, ab wann du dir als Unternehmer dieses Traumauto leisten kannst. Und damit herzlich willkommen, ich bin Robert Giebenrath, externer CFO für Wachstumsunternehmen. Wir betreuen diverse wachsende Betriebe in Deutschland, da natürlich die Finanzen und da kriegen wir auch oft die Frage, Mensch, wann kann ich mir denn jetzt das Auto leisten? Ist es der Bentley? Ist es der Aston Martin? Und so weiter. Wir wollen den Aston Martin heute mal betrachten und schauen uns hier an, ab wann das für dich als Unternehmer möglich ist. Paar Disclaimer und so weiter vorab. Also, wichtig ist, wir sprechen hier von Wachstumsunternehmern und Unternehmerinnen. Das bedeutet, du hast eine Firma, die sich im Wachstum befindet und die auch weiter wachsen soll. Ich rede hier nicht vom Solo-Selbstständigen, der jetzt hier 10.000, 20.000, 30.000 Euro alleine macht und das auch schon die letzten 10 Jahre konstant gemacht hat. Da zählen ein paar andere Spielregeln, dafür berate ich explizit nicht. So, ich berate Wachstumsunternehmen und dafür zählen die Regeln, die ich dir jetzt hier mitgebe. So, wir gucken uns mal so einen Aston Martin an. Ein wunderschönes Auto. Wir gehen jetzt hier mal zum Beispiel von dem Klassiker, dieser DB, DB11, das ist aktuell zum Beispiel. Und dann hast du hier so einen DB11 und der hat einen ungefähren Preis. Kaufpreis. Kaufpreis. So, weißt du ja, ne? Ausstattung, wenn du hier noch das von schwedischen Jungfrauen vorgekaute Leder haben möchtest, an dem Lenkrad dann vielleicht noch ein bisschen teurer. Aber ansonsten hast du so ungefähr 220K ist der Kaufpreis von so einem Auto. Das heißt, du hast eine Leasingrate von in etwa so 2.800 Euro im Monat. So, das ist so in etwa die Faktoren. Wie gesagt, das kann auch mal bei 3,7 sein, das kann auch bei 1,7 sein, je nachdem, was du da so hast, wo du die findest. Aber das jetzt mal so als Beispielwertig hier an der Stelle, was so ein Auto nun mal kostet, wenn du so einen schönen Sportwagen, eleganten Sportwagen haben willst, ne? Und das ist auch insgesamt das, was du dann da auf den Tisch legen willst. Ob jetzt Leasing das Richtige ist für dieses Auto, weil es ja so ein wertstabiles und hohen Wiederverkaufswert hat, das kommt individuell darauf an. Es gibt ja auch Spezialleasinganbieter, wo du es dann privat rauskaufen kannst, dann kannst du da wieder steuerlich was gestalten. Darum soll es jetzt nicht gehen. Aber der Preis ist ja ungefähr das gleiche, wenn du finanzierst, hast du halt die Abschreibung. Wenn du das Privat machst, hast du ja auch ein paar Themen. Aber es geht jetzt darum, dass du mit der Firma das Auto einfach leest, was dann die simpelste Option an der Stelle ist. So, jetzt gibt es eine Regel. Und zwar gucken wir uns jetzt diese 2.800 Euro an, wenn wir hier vom Netto ausgehen, ne? Netto. So, die Leasingrate hier im Monat. Und für so eine Leasingrate gibt es folgende Regeln. Eine Leasingrate darf ein Hundertstel von deinem Monatsumsatz betragen oder von deinem Umsatz, ne? Wenn du es auf Monat siehst, Monatsumsatz. Wenn du es aufs Jahr betrachtest, Jahresumsatz. Ein Hundertstel des Umsatzes netto. So, das ist die goldene Regel, die wir hier haben. So, goldene Regel bei Leasingfahrzeugen. Bedeutet, wenn du dir so ein Auto leisten möchtest, brauchst du 280.000 Euro Monatsumsatz. So, das ist die Regel, weil dann hat dein Unternehmen genug Substanz, um dir sowas leisten zu können. Es gibt natürlich eine zweite Bedingung dahinter. Und zwar sollte das Unternehmen grundsätzlich auch rentabel sein. Bedeutet 20% Renta, also Gewinn, auf den Rohertrag. Bei Dienstleistern ist der Umsatz meistens gleich der Rohertrag. Bedeutet, du hast keine Materialkosten in der Form. Wenn du E-Commerceler bist, für 200.000 verkaufst, davon ist eine 100.000 Ware, hast du nur 100.000 Rohertrag. Damit zieht sich das da drauf. Also, 20% Rente auf den Rohertrag solltest du machen. Das wäre dann in dem Fall entsprechend sowas wie 56k Monatsgewinn. Also EBIT, Earnings Before Interest and Tax, also das Vorsteuerergebnisgewinn. So, das musst du machen, damit du dir dieses Auto in Ruhe entspannt leisten kannst. Mit gutem Gewissen und unternehmerisch vernünftig das Auto fahren kannst, ohne hier zu früh auf dicke Hose zu machen, ohne hier dein Business zu gefährden. Weil sowas, wenn du dir das gleich am Anfang holst, ja, das war aber mein Traum und wenn ich 50k Monat mache, wollte ich mir das holen. Ja, das ist aber dumm. Das ist ein Mitarbeiter. Das ist ein Gehalt von einem Mitarbeiter. Was du hier fürs Auto, wir sind ja noch nicht mal, wir haben noch nicht mal Spritversicherung und so weiter drin. So, das heißt, da wirst du auch erstmal nochmal ordentlich hinlangen und ordentlich ins Portemonnaie greifen, wenn du hier die Vollkosten hast. Das ist ein Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter bringt dir umgerechnet wieder 10.000 Euro Umsatz im Monat. Das Ding verschlingt einfach 3, 4. So, also guck doch, dass du dein Unternehmen erstmal vernünftig aufbaust und irgendwann dann sukzessiv langsamer abschöpfst oder dir eben so einen Traum erfüllst. Ist aber nicht zu früh. Wenn du 50k machst, kannst du dir ein Auto für 500 Euro Leasingrate holen. So, da sind wir dann eher im Golfbereich unterwegs sozusagen. Aber hier guck bitte, dass du vernünftig agierst und dir ab 280k kannst du langsam überlegen, dir halt sowas anzuschaffen. Dabei bitte 20% Rentabilität auf den Ruhrtrag bewahren, weil bringt nichts, wenn du 280k machst und dabei 270 Verlust. So, dann haben wir nichts gewonnen. So, du solltest hier schon rentabel sein, aber hier hast du dann genug Substanz. Deswegen stellen wir nicht nur auf den Gewinn ab, sondern auch auf den Umsatz, weil hier genug Substanz da sein muss. Das ist die Regel dahinter, dann kannst du dir so ein DB11 in dem Fall hier organisieren für 220k Listenpreis ungefähr, 2.800 Euro monatliche Leasingrate. Und dann kannst du dir guten Gewissens als Unternehmer eines Wachstensunternehmen deinen Traumwagen leisten. Wenn wir dir dabei helfen sollen, dass das schnellstmöglich erreicht wird, dass die Rentabilität vielleicht hier auch nochmal ein bisschen höher ist als 20%, dass die Liqui auch stimmt, dass das alles sauber funktioniert, dann melde dich gerne. Wir können dein externer CFO werden, sowas uns anschauen, aber vor allem erstmal deine Situation beleuchten. Dafür gerne auf www.rg-finance.de gehen, Erstberatung vereinbaren, dann können wir dazu miteinander sprechen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen hoch. Vielen Dank.